was wird da vielleicht alles machen können dann muss ich ja mal ganz unterschiedlich und ganz gut und ganz gut am komm 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 boah an reisen nice leute nice richtig nice na gut bis sie gehen wir hier schon gesehen das können wir schon ich habe ein richtig schlechtes Gefühl so er hat mein Freund das habe ich ja oder war nein ich glaube da hat Leute zu fahren hat er 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 das so ist gut die kann abdessen richtig heftig so eine granate die ist hier richtig heftig Leute ah nee so wie sie umarmen oder was haha in die eier mein Freund das ist keine Ahnung aber einfach weg wärs schneller gewesen mein Freund wärs schneller gewesen da kommt da noch kommt da noch warten wir auf warten wir auf bis zu kommen warten wir warten wir warten wir wir haben die oberhand warten wir noch ab warten wir noch ab ach alter aber stehen ernsthaft bist du mich verarschen jetzt bist du tot endlich beim extra so lange gewartet dass ich dann vom nächsten abgestochen wird so hinterrücks in den rücken ja das fällt eh nicht auf mittel so im felsen so war es wirklich doch gut da das meyer gegangen das meyer gegangen wo ist er wo ist er wo ist er wir werden wir wir haben die oberhand warten wir warten wir noch warten wir noch er wird sicher aber ein kieler system ich finde das ganz schwer wenn wir das wieder weiter kommen dass wir da zu diesem roten da kommen das sammelschen gelassen das zündigung nicht wirklich amal ha ha das ist sicher nicht glück gewesen aber okay war nicht gut war einfach nur ich hatte schon weiter schauen wir mal ob wir gehen machen das ist doch eine dünn da verstecken wir uns um verstecken anscheinend sperren wird wahrscheinlich sind gerade das ist nicht schauen wir weiter Leute schauen jetzt haben wir das haben wir gekümpft der ist jetzt ganz schön da ist es heißt und da sollen wir nicht hin wieso tun wir es dann trotzdem weil das der Kick ist, Leute, weil es der Kick ist Schau mir an, Schau mir auf, und werden sicher sterben aber ist, die Waffe überhielt ich schon schnell hier wendlich, Alter! Kann ich wechseln? Nein, ich kann nicht wechseln, das ist ja das war schicke von oben, helfen, von oben, von oben Alter, du hättest... aber kill, aber kill, hauptsache kill, hauptsache kill Schau mir mal Nein, nein, nein! Das war so, ja, ok, besser, ich lasse mich abschießen als ich von der Granate, weil sonst wäre das irgendwie peinlich Wir haben die Oberhand, die Hände sind geschafft Komm! Ach, Alter! Scheiß, Überhitzung Da kommt ja auch einer, da kommt ja auch ein Penis Komm her, du Penis Wo ist dieser Penis? Ja, dann kommen wir halt von hinten in der Schule unterwegs auch Jetzt graben wir Oberwasser Die Hälfte ist geschafft Oh, oh, oh Mist Alter! Ach, Alter! Ja! Ok, ok Lassen, lassen wir's gut sein Und da oben, ja, und da oben, ja Ich hätt's mir, ich hätt's mir schon denken können, Leute Da Aufpasst, aufpassen, Bro Lauf, lauf! Haha! Oh, oh Ja, das geschieht mir eindeutig halt Warte, geht's Nächste Woche wieder Round 2, Fight Ja, ich glaub das ist halt Ich glaub das Könnte sein, oder möglicherweise Können wir mal, ob wir da raufkommen Ich möchte ein Mail machen Warte mal Uh, da werden wir fix statt Schauen wir, dass wir da vielleicht so so von oben abschießen können Das wär auch so nice Bis so ein paar auch von oben nachher gehen Wär auch Nicht schlecht Ja, wenn das alle machen, dann ist es nicht möglich Ah Aha Mein Freund Wollen wir, dass wir das in der Runde machen? Uh, schön Dann hätte ich gesagt Oh, wie süß Ha, ha, ha Okay Das hat den Lücken Nächstes Geschütz wäre auch nicht schlecht Uh Ha, ha Mal gegangen Richtig geil Richtig geil Wollen wir mal weiter Leute Dann muss doch einer sagen Erste Dann lachen wir mal nach vorne Lachen wir lachen Schauen wir mal nach vorne Schauen wir mal nach vorne Lachen wir nach Schauen wir mal nach vorne schauen wir weiter schaden er nicht das blubbert aber du sollst du kein bad nehmen oder wir müssen hier ein gefecht liefern wieso wies ein bad nehmen der ist fix an der schüssel dass wir da vielleicht so hochkommen mann ich würde gern hochklettern es lässt sich vielleicht du an aber ich muss da hoch nicht ab ab dankeschön dann schon mehr von der wo bis 20 weil das ist jetzt das hätte sie jetzt mit der Kopfhörer geiles Geräusch das ist das war so geil wo ich mich nicht gerade aber dafür habe ich ein Kieler zu sehen da muss einer kommen schau mal schau mal schau mal schau warten wir warten wir wenig switchen da wenden sie der Rennseer wir müssen ja auch kommen sie ich hoffe du hast sie mal gemacht wenn ich geile sache richtig geil ich klinge ab, da spiele ich ein bisschen öfters das ist nass, richtig nass meister kills ok, schon gut aber wir sind rank 4, Leute rank 4, ne, komm schauen wir mal auszeichnungen spielgonos was gibt's sonst ein schönes richtig geil ja normalerweise richtig geiles Spiel und dann spielst du es nach einer Woche wieder und dann löst du nur noch ab und dann denkst du dir was für ein scheiß Spiel was für ein fucking scheiß Spiel ich letztes bin ich so abgaben und jetzt und jetzt sterbe ich jetzt zu öfter und zu frustrieren also weil es ist noch nicht so jetzt können wir noch fleißig spielen die ganze Nacht durchleute die ganze Nacht na, auf gar keinen Fall ich will die Emotions Gestank Uuuuuh Barbruder das stinkt ich will sie Impfung du えー ich